Ja, MinorWare ist angesagt heute und das erste Mal auf dem Kanal. Und Churky ist auch dabei. Hallo, wo bist du da? Ja, natürlich bin ich auch dabei. Was bin ich denn nicht dabei? Oh, was geht da los? Ja, ganz kurz. Es sind ganz viele kleine Minispiele, die ganz, ganz schnell gespielt werden. Und ja, ihr werdet sehen. Da ist auf jeden Fall... Normal Difficulty, bin ich glücklich drum, ja. Puls und viel Adrenalin und das ist da angesagt, glaube ich. Ah, das wird jetzt chaotischer als sonst. Okay, was kommt jetzt? Jump in the wall. Schnell runter. Geschafft. Wow. Ich stand in der Mitte, das war natürlich... So the equation. Nein, nicht das T noch davor, meine Güte. Okay. Hallo, wenn man hier was sehen könnte... Nein, nicht runterfallen hier. Dabei ist das Spiel gar nicht so schwer an sich. Würde ich jetzt mal behaupten. 5 Sekunden und noch 4, 3... Komm, jetzt einfach runter, ohne zu sterben. Und ihr merkt schon, wie... Stray... The enemy, echt? Was? Achso, ich weiß nicht. Achso. Ich weiß nicht, welches Team du bist. Nein. Oh, ich wurde gekillt. Deswegen bin ich weg. Ah, ich bin tot. Schade. Warst du Team Blau oder Team Rot? Ich war, glaube ich, Team Blau. Ich auch. Oh, scheiße. Oh nein, es gibt zwei Rote. Nein. Ja, das war... Bitte schafft das nicht mehr. Na, achso, die haben jetzt nicht... Ah, okay. Das geht auch. Slide to the moon. Was? Achso, man muss, glaube ich, hier irgendwie... Hochbleiben. Ich sehe nichts. Hallo? Achso, hoch einfach nur. Ach, geschafft. You budget the moon. Man muss erst mal darauf kommen, dass man einfach... ... die Sprungtaste gedrückt halten muss. Achso. Einfach oben bleiben. Hoch. Nein. Oh Gott. Nein. Ich wurde runtergestoßen. Oh, geschafft. Jetzt ist mir leid. Ah, ich wurde gerade geschlagen. Oh Gott. Nur mich vom TNT entwischen lassen. Ich finde das einfach total witzig, weil hier so viel zur Sache geht. Out, ich bin mitten im TNT gelandet. Nein, nicht dran. Nein. Kurz. Eine Sekunde vorher achten. Also richtig auf... Mit richtig auf die Stille. Hallöchen. Hallöchen. Ginger Man in der Lied. Ginger Man. Ginger Man. Spend on Diamond. Nein, ich bin runtergekickt worden. Das war's. Nein, ich bin auch runtergekickt worden. Hallöchen. Ah, es ist so nervig. Ja, manchmal ist das ganz... Man braucht... Diamonds are the blue box. Get to the bottom floor. Achso. Löcher finden. Das hätte ich gesagt, wirklich nicht so schwer ist. Ich war nicht schnell genug. Ernsthaft? Ich war direkt bei mir in der ersten Schuhe in der Mitte. Ja. Ich habe Glück noch gefunden. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht zu schielen. Ich habe es nicht zu schielen. Was? Werde Dandelion in 5 Attents? Was ist denn Dandelion? Äh, Löwenschein. Dandelion. Was heißt denn Kill All? Okay, hört sich los. Ach, geil überlebt. Ich auch, aber es will. Achtung, Speed-Effekt nicht vergessen. Nein. Ich stoppe running. Ja, ich kann nicht. Life through the Hoops. Elitra, oder was? Ja. Aber hier geht es nicht ans Ziel zu kommen, sondern wer am Ende am meisten hat. Also viel Spaß. Ich bin da nicht gut drin. So, ich entschuldige mich noch mal für meine Englischkenntnisse gerade eben. Gerade eben in dieser Geschwindigkeit konnte ich mich noch gar nicht mehr für entschuldigen. Entschuldigen. Ich stelle mir das gerade vor, es gibt doch Minecraft-Kirren für VR-Brille, ne? Ich stelle dir das mal vor, wenn man da durch die... mit der Elitra fliegt. Ich stelle mir das mal vor, Ich stelle mir das mal vor, Es ist egal, wenn du da unten diese wunderschönen Bäume lädst. Ich möchte, dass du die Ringe lädst. Nein. Nein. 22. Mein bestes 24 Grad. Oh Gott, der erste hat 41. Das klappen wird, bin mir nicht so... Sicher. Ne, vor allem in neun Sekunden nicht mehr. 25 hatte ich. Okay. In, nach gut. Hilfe, leck das. Ich war... Wie sicher war das? Guck mal eben nach, was ich war. Äh... Achso, sehe ich gar nicht. Okay. Es war aber eine nette Runde, wollen wir noch eine? Eine nette, zwar nicht so erfolgreich für uns, aber eine können wir noch machen. Ging ja schnell rum. Ja, das Spiel ist schnell. Ich finde es auch toll, wenn ich dich nicht hören könnte. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Also ich höre dich. Ah, Hallöchen. Da bist du ja. Hallöchen. Also ich habe dich zumindest die ganze Zeit gehört. Das Video ist gerettet. Was? Das Video ist gerettet. Ich habe dich die ganze Zeit gehört. Wir hätten ja schon mindestens eine Runde komplett gehabt. Genau. Oh Gott, anderthalb Minuten. Das wird aber sicher nicht so lang dauern. Gleich kommen neue Leute und dann... Diesen Skin habe ich eben schon gesehen. Welchen Skin? Das ist immer 1, 2, 3, 2, 3. Ah. Und ich habe mich eben auch sicher... Bin ich mir ziemlich sicher auch schon gesehen. Ah, wenn du stehen bleiben würdest. Ähm... Bobble Bobble YouTube. Jemand sagt dir, please hard. Ich sage, bitte nicht. Ich meine, wir können eh nicht abstimmen. Wir haben nicht den... Ich meine, es wäre ja ganz nett jetzt mal so erstmal eine normale Runde und dann eine harte Runde. Gewonnen habe ich in diesem Spiel auch schon. Nur dann bin ich es mal so gesagt. Ja, aber warum normal? Also, wir haben ja gerade schon so hart. Ähm... Good luck, have fun. Good luck, have fun, Norman. Okay. Ja. Das finde ich dir auch. Viel Spaß. Ach, Bill Bobble. Wie eine unique color. Rechtsklick auf die Wolle, falls das man nicht weiß. Das ist quasi so ein Psycho-Spielchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, das kann man auch sehen. Ha, ich hatte hellgrau. Oh. Ah, ich bin auf dem Rand vom Schleim, da bin ich gelandet. Die hätten das ein bisschen besser... Ich bin bescheuert. Ich habe mir die ganze Runde vermasselt. Schreibt mir mal Rechtsklick auf den Stuhl gemacht, da habe ich verloren. So früh, hat er gesagt. Oh, praktisch, wenn man in Ruhe gelassen wird. Du nicht? Nein, wollte ich nicht. Oh Gott. C'est moi, hein? Ja. Ja. Nein, Pito. Nein. Ja. Was wolltest du mir sagen? Was wolltest du mir sagen? Das ist nicht überhaupt noch. Ach so, da ist die... Oh. Was wolltest du mir grad sagen? Nicht. Ach so. Boah, das war krass. Ich wollte weglaufen und bin in den einen reingelaufen, auch praktisch. Einfach nach oben schauen. Ja, ich bin ja trotzdem. Ich habe einfach falsch koordiniert. Aber du schaffst das. Ja. Ja. Toll ist ja, die bleiben nicht auf dem Boden. Das wäre auch du. Dann könnte man ja nichts mehr. Nein. Weg. Was? Was für eine... Was für eine... Was für eine... Was war das denn auf einmal? Was war das denn auf einmal? Ich weiß es nicht. Oh Gott. You fell to your death. Solve the equation. Ich habe als erstes... Bisschen härter könnten sie schon sein. Ja, nicht mehr alle wegschnappen hier, bitte, liebe Leute. Boah, ich habe es geschafft. Mir fehlt immer noch eine. Aha. Oh Gott, das war gerade so knapp. Ich hatte die ganze Zeit vier von fünf. Nicht erst am Ende. Angst hat die Quästchen. Ach so. Ach, ich bin immer erst total verwirrt, weil ich tun muss. Ich bin immer erst total verwirrt, weil ich tun muss. Ich bin mitgekommen. Ach so. Oh Gott. Man kann hier auch so schlecht reden, weil es ist so total... ...einfach viel zu schnell eigentlich. Hm. Oh, Hallöchen. Oh, Hallöchen. Oh. Das weckt alles einfach hier. Nein. Gunzen. Aber nicht als erster. mal hin wo bist du so kann ich dich erblickt da guck ich dir mal zu nein hier hochgekommen aber schon wieder das boss-game fällt mir grad auf fällt mir früher auf ich weiß und dabei war dieses grinsende gesicht mein kleines kind das ist so witzig wir können ja unten mal hin machen hier finale keine sorge wenn sie nicht graben kriegen sie hunger wenn sie hunderschönen sterben ja noch mal schloss doch wirklich noch eine wird sagen ja ich wollte erst mal mich das legen hier ok noch eine darfst du starten bubble bubble youtube hallo ich werde geschlagen was macht ihr da ich komme dazu hallo 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 ich bin noch nie wieder ich bin glücklich ich hatte bisher noch niemals hart ich will es auch glaube ich gar nicht erleben folgen die instruktion jump and stay on top wass up nein ich habe den schlimmsten Fehler gemacht und habe es direkt zu spüren bekommen den Fehler ich bin nicht die ganze Zeit nicht hochgekommen und am Ende bin ich nicht hochgekommen und dann du hast gleich in meiner Brust ähm so ach guck mal ich werde das noch mit dem Alter äh die Hose und die Schuhe ach pf 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 z pf 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 Ich hatte keinen. Ich hab keinen Farfner. Ich hab irgendeinen Scheiß reingeschrieben, versehentlich. Zwei. Zwei. Ich hab glaub ich die 78 versehentlich. Hallo, Chef. Nein! Kurz nachdem ich dich runtergeschmissen hab, wurde ich runtergeschmissen. Du warst das? Natürlich. Bist du blind? Oh, Hilfe. Weg. Oh! Nur du und jemand anderes haben noch gewinnt. Obwohl ich fraglich finde, wie ich das gewinnt habe. Ja, bitte laden. Danke. Oh, das war jetzt irgendwie einfacher. Woah, das war knapp. Jetzt kann mal einer gewinnen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaub, wenn die Zeit aufläuft, ist halt die, die gewonnen haben. Ich hab gewonnen. Oh, ich hab... ich wurde doch tatsächlich... Oh, du auch. Er bleibt noch Felipe. Es ist nicht zuerst ein bisschen. Was für Legs! Das ist das einfachste Spiel überhaupt, finde ich jetzt, ehrlich gesagt. So kam das auch vor. Achso, der erste Platz ist dann wer am weitesten damit gelaufen ist. Boah, ich bin fast da hinten rein, ne? Nein! Hab zu viel riskiert. Ich, ich nocke mich aber Holtaube ehrlich gesagt selbst aus. Ach du! Hören Sie Klo? Äh, lass mal gucken. Nein! Ist so knapp. Auch nicht so knapp? Äh, Kürbis genommen. War zu langsam im Curven. Huch, ich bin runtergefallen. Ich bin direkt runtergefallen, als ich gespawnt bin. Okay, viel Glück euch da unten. Danke, weil ich wie immer nicht habe bei Mini-Soy. Jetzt tötli im direkten Zweikampf. Dann nähern Sie sich noch den anderen. Hahaha. Jetzt tötli im direkten Zweikampf. Haltet euch alle wacker. Haltet euch alle wacker. Ja, laufen wir nicht ins Bild, bitte, danke. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwie extra Punkte gibt, wenn man das Boss-Game gewinnt oder so. Keine Ahnung, das hat man nie gewonnen. Ja. Ach, Mist. Oh, du bist drücker Schatz. Yes. Wie viel? Ja, das waren drei nette Runden, wirklich. Mit dem schönen Abschluss, dass du noch zumindest auf dem Treppchen gelandet bist. Ja. So. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Ja. Tschüss. Mm-hmm. Ja.